Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Du hast nicht mal drüber nachgedacht. Dann sag es mir doch ins Gesicht. Sag mir einfach, dass du unser Kind nicht willst. Noch? Noch ist das überhaupt kein Kind. Hau einfach ab, das bestimmt die Lösung! Okay! 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 Die Euch ist das erste Mal der Raptor Solange! Komm mitевидung! riding Esto mitndeiş 세te 힘itztet. Ich bin drin! Tisch im Fl engineer! Und wer ist nicht krit�� creates? Das ist ein bisschen vurrender. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020